Musik Jeder von euch hat sie schon gesehen, die Werbung im Internet, auf Social Media oder im Fernsehen. Temu, shoppen wir einen Milliardär. Und ich dachte mir, ich bestelle mir mal einen Klembausteinzett aus Fernost und habe wie einen Milliardär geschoppt. Und gucken wir uns doch mal an, was das Ding kann. Oder auch nicht. Musik Ich habe hier einen Sportwagen. Ein richtig nettes Teil in Dark Blue Spray oder Kanonengrau. Nee, eher Kanonengrau und Gold. Es sind wirklich Goldteile. Es ist wirklich so. Und es gibt einen Grund, warum ich das so halte. Komme ich gleich dazu. Ich habe dieses Set bestellt. Kostete 27 Euro von Temu. Kam innerhalb von anderthalb Wochen bei mir an. Völlig okay. Okay. Wir haben hier ein Set. Ohne Marke, ohne Name. Außer ihr könnt ja lesen, was hier steht. 1259 Teile für 27, 28 Euro. Macht einen Teilepreis von 2,2, 2,3 Cent. Bäm. Mega. Und dann habe ich es gebaut. Das Set kam an in einer Kunststofftüte. Diese Kunststofftüte war super zusammengeflext. Wer mein April-Video, erstes April-Video gesehen hat, genau so sah das aus. Ich blende euch mal das ein. Ich verlinke euch auch das Video da unten. Riesig zusammengepackt und in Tüten. Drei Bauabschnitte. Tausende, hunderte Teile in einer Tüte. Alles okay. Ausgepackt und so gemacht. Die Anleitung kam sogar relativ knitterfrei an. Und für so viele Teile ist es eine echt dünne Anleitung. Wirklich. Und die Anleitung ist auch echt gut. Also keine Frage, die ist schön gemacht. Schön alles bebildet. Da kannst du dich nicht beschweren. Okay. Es ist ein Maßstab 1 bis 14. Nettes Sportwägelchen. Hat hier ein, zwei Sachen, ein, zwei Fehler. Ich habe auch eine... Wir messen es mal aus. Wir messen es mal aus, bevor ich hier auf die Details komme. Wir haben hier eine Länge von rund 37 Zentimeter. Eine Breite von Kotflügel zu Kotflügel. Muss ja nicht mehr ganz so groß sein. Von Kotflügel zu Kotflügel von so 15,5 Zentimeter. Und eine Höhe von, sagen wir mal hier, Spoiler, 8 Zentimeter. Gar nicht so klein. So ein Vergleich. Komme ich gleich dazu. Keine Sorge. Ist ein stabiles Set. Ist ein nettes Set. Sieht gut aus. Hat tolle Sachen. Keine Frage. Ich habe mir während des Baus eine Liste gemacht mit Dingen, die mir aufgefallen sind. Die verlese ich auch gleich. Keine Sorge. Komme ich gleich dazu. Aber ihr habt am Anfang vom Video gesehen. Das hat einen Grund, liebe Freunde. Und zwar... Na, Butter bei der Fisch. Das hat einen Grund, warum das Auto so dasteht. Egal, wo ihr das Auto anfasst, das Ding fällt auseinander. Die ganze Stoßstange hängt an, kein Witz, an diesen zwei Technikkonnektoren. Auf zwei halben Axtpins, die rausgucken. Da musst du nur schief gucken, das fällt um. Das fällt mir immer wieder ab. Genauso wie im Heck. Im Heck sind diese Lichter, die schlackern. Die fallen mir immer wieder ab. Genauso wie irgendwelche Teile zwischendrin mal abfallen. Ich lasse die einfach weg. Was wegfällt, ist weg. Was runterfällt, gehört dem Hund. Ruhig gewinnen. Nummer eins. Dieses Set hat von den Teilen eine okaye Verarbeitung. Die Teile fühlen sich okay an, sind stabil. Die Farben sind gut. Klar, wie bei Lego. Wir haben hier solche komischen Angusspunkte natürlich irgendwo mittendrin. Seht ihr? Wir haben so komische Farbverläufe mit drin. Und wir haben massig Qualitätsverlust bei zum Beispiel diesem goldenen Panel hier. Guckt euch mal das an. Ja, ist so. Und jetzt wird einer von euch sagen, hey, das ist aber gar keine Farbseuche drin. Ja klar, blaue Pins sind drin, aber hier ist sogar ein Differenzial drin. Das Differenzial macht aber nichts. Wisst ihr warum? Wisst ihr warum? In der Anleitung ist nämlich ganz, ganz hinten, wenn man fertig ist, ein Schritt. Baut den Sitz raus, baut einen Motor ein. Und zwar einen Motor zum Lecken und zum Gas geben. Wisst ihr, was nicht in diesem Set enthalten war? Zwei Motoren und eine Fernbedienung. Fairerweise stand das nicht in der Artikelbeschreibung. In der Artikelbeschreibung stand nichts von Motoren, nichts von Fernbedienung. Aber in der Anleitung ist es drin. Das ist ein bisschen doof. Kommen wir mal zu dem Teil, habe ich gerade gesagt. Die Klemmkraft der Steine ist passabel. Also die halten gut, die sind nicht zu labbrich, die sind nicht zu fest. Also deutlich einen Tick leichter als Lego. Aber trotzdem noch eine Maß, wo ich sage, die Sachen halten trotzdem, wenn sie gebaut sind, diese Bricks. Die Pins sind teilweise super schwer, teilweise super leicht. Aber die meisten haben eine gute Friction, also eine gute Anpressstärke. Das Einzige, das nicht geht, sind Achsen. Alles mit Achsen. Achs-Pins, Achsen, Achs-Aufnahmen. Da kannst du eine Achse haben und irgendwas anderes, was eine Achse ist. Das kannst du 90 Grad drehen, fällt alles direkt runter. No Grip, no Friction. Aber das Ding hat auch positive Seiten. Eines der positiven Merkmale sind die Felgen. Die Felgen sind schon geile Trümmer, ohne Witz. Das ist wirklich dieses Gold, dieses Metallic Gold, wie hier oben auch. Das ist Metallic Gold. Geile Sachen. Finde ich schon gut. Doch, das waren die positiven Dinge. Kommen wir zu den negativen Dingen. Ich habe teils kaputte Teile geliefert bekommen. Ich blende euch mal ein Bild ein. Das ist ein Bild von dem Teil, das ich gekriegt habe. Ist einfach nicht vollständig gemodet worden. Nicht alles an Kunststoff drin in der Form. Kommt so ein Teil an. Ich konnte es verbauen, ist okay. Aber nee, ist nicht... Nee. Okay. Dann habe ich noch die... Was habe ich noch aufgeschrieben? Achsen, habe ich schon gesagt. Motor nicht dabei, jo. Und dann... Guckt mal rein. Ich nehme mal das Dach ein bisschen ab. Nee, ich nehme das Dach nicht ab. Ich mache die Türen auf. Guckt euch mal den Sitz an. Wenn euch beschwert, dass Lego-Kack-Sitze hat in einem Auto, dann guckt euch mal den Mist hier an. Die Sitze sind auf einem Pin befestigt. Auf einem Pin. Und die Dinge rotieren da rum, als wäre es ein Baby-Sitz im Auto hintendran zum Baby-Beladen. Und die Sitze sehen nicht mehr aus wie ein Sitz. Das ist einfach... Und jetzt kommen wir zur nächsten Sache. Der Pin. Das ist so ein Pin, der hier einfach... Es geht die Türe zu. Der Pin, der ist einfach so. Der Zusammenbau. Seht ihr das? Das da reinzustecken, das ist schon Hölle. Das ist Pain in the Ass. Das da reinzukriegen, draufzustecken, ohne dass das Ding verrutscht. Ich lasse es einfach so. Das ist mir völlig egal. Und hier wird ja was abgefallen. Stapel der Schande. So viel... Der Sitz ist eine Schande. Und in der Anleitung... Ihr müsst euch mal das angucken. Wo ist denn der Sitz? Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Das ist halt einfach unter aller Kanone. Das macht gar keinen Spaß. Des Weiteren... Belenkung! Wir haben einen Lenkrad mit drin. Wir haben einen Lenkrad mit drin. Ja, das Lenkrad. Das macht aber nichts. Das ist in einer festen Achse. Und wir haben hier diese Lenkung mit drin. Hier unten über Zahnräder. Und wisst ihr, wo die hinläuft? Ins leere, weil kein Motor dabei ist. Wir haben auch keine Hand-of-Gott-Steuerung. Wir können nicht irgendwo lenken. Wir können die Reifen von Hand einschlagen. Mehr können wir nicht tun. Federung! Gibt's nicht. Ist nur Flex von dem Set. Nicht mal sowas ist drin. Was habe ich noch? Felgen sind zu klein fürs Auto, muss ich zugeben. Das ist Original. Original ist ein Stichwort. Komme ich gleich dazu. Die Felgen sind einfach zu klein fürs Auto. Die müssten wuchtiger sein. Das sind 22 Zoll Felgen normalerweise. Und die nehmen das halbe Auto eingefüllt. Ja, richtig krass. Und es ist zu filigran gebaut. Am Sitz habt ihr das schon gesehen. An wem da unten habt ihr das gesehen. Da werden einfach Teile zusammengesteckt, die einfach... Ja, ich nehme mal... Das sind viele Teile, keine Frage. Aber nur das Nötigste. Da ist so viel um... Also umbaute Luft ist echt. Da ist nichts drin. Nichts. Nada. Ja, dann habe ich mir noch aufgeschrieben. Farben und Schattierungen der Anleitung sind Mist. Manchmal sind Farben, wo man denkt, ja, das wäre jetzt zum Beispiel ein Braun dabei. Ist es ein Schwarz oder umgekehrt? Das ist ein bisschen blöd gemacht. Ja, und keine Hand-of-Gott-Steuerung. Aber jetzt kommen wir zum Thema Lizenz. Das Auto wird als Sportwagen verkauft bei Temu. Und natürlich möchte sich der Verkäufer nicht sagen, ja, wir verkaufen ein lizenziertes Set. Ich habe extra dieses Set gekauft. Extra dieses. Ich habe nicht das Auto gekauft, wo dort steht, Klemmbaustein-Set deutscher Sportwagen. Oder Klemmbaustein-Set italienischer Rennwagen. Mit Absicht nicht, weil ich genau weiß, das ist ein Plagiat, wo eine Porsche-Lizenz nicht dabei ist. Oder keine Ferrari-Lizenz. Nein, will ich nicht. Ich will einfach ein stinknormales Set, wo ich keinen Lizenzverstoß begehe. Und kein Wort in der Anleitung. Hat das genötigt. Hier steht auch nichts drauf. Und dann mache ich das Ding auf und dann sind da Aufkleber mit dran. Das sind da Aufkleber, die sehen aus als so ein Stier. Ich blende es euch mal ein. So ein Stier, so ein Hörnchen. Und dann steht da Sian. Oder neuen I an. Eher neuen I an als Sian. Und da bin ich echt von mir selber enttäuscht. Da bin ich von mir selbst enttäuscht. Und die Qualität von den Steinen ist okay. Aber die Türen. Das sind die Türen. Und ich habe noch Fehlteile gehabt. Hier oben seht ihr das. Ne, ich habe es nicht gesehen. Ich müsste dazu das wieder anbauen. Ich baue das mal an, dass ihr das sehen könnt. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo das dran gehört. Wo gehörst du denn dran? Du warst irgendwo hier hinten dran mit einer Achse. Ne, du warst inneren Gold hier. So, das ist erschreckend. Ich mache das hier wieder dran. So, hier mit dem Max-Pin. Es ist nur das Nötigste gebaut. Macht euch nicht die Hoffnung, dass das filigran und schön ist. So, nur das Nötigste. So, irgendwie zusammengezimmert. Ist mir egal, so. Und dann gehört normalerweise hier drüben, hier ist so ein Teil, das gehört die Soft-Excel reingesteckt. Das Teil hat bei mir gefehlt. Genauso, wie hier auch für die Türe ein kurzes Teil dabei war und für die andere Seite ein langes Teil. Hier geht die Türe komplett zu. Hier seht ihr das. Komplett abgeschlossen. Und hier ist sie offen. Natürlich sieht es aus wie Sau. Das ist kein ordentliches Auto. Das ist einfach... Kannst du was oben reinwerfen? Das fällt unten raus. Es ist einfach meh. Und dann ist es noch eine Semi-Lizenz, wo ich sage, Leute, das will ich nicht. Und das ist einfach nur Müll. Leute, so leid es mir tut. So schöne Sachen auf der Temu-Plattform vielleicht gibt es. Da gibt es bestimmt schöne Kleinigkeiten, wo man sagt, ja, das ist doch durchaus ein Win. Das für ein paar Euro nehme ich mit. Für andere Sachen zahle ich viel mehr. Aber es ist ein super Produkt. Gibt es bestimmt. Keine Frage. Aber bitte, 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 bitte bestellt keine kleinen Baustein-Sets bei dir. Ich bin so was von enttäuscht. Nicht nur wegen dem Semi-Lizenz-Teil. Nicht nur, weil das Ding gebaut ist, als hätte es ein Vierjähriger zusammengesteckt. Nicht nur, weil wir Probleme haben mit der Teilequalität. Nee, ich bin einfach enttäuscht, dass das Set einfach halb gerade ist. Wenn es da stehen würde, wäre dieses Set. Das ist ordentlich gebaut. Klar, das ist auch viel umbaute Luft. Aber das ist stabil. Das kann ich nehmen. Das mache ich mit dem nicht, weil sonst muss ich wieder einen Besen zum Samtwegen holen. Das ist fett. Da habe ich eine Funktion. Da habe ich ein, da habe ich hinten ein, ihr seht es hier unten, ein Differenzial drin, dass der Motor sich bewegt. Ist da auch gar nicht drin. Ich habe wenigstens, ich habe keine Hand of God-Steuerung, doch, ich habe eine Hand of God-Steuerung hier hinten bei dir, natürlich. Schönes Teil. Und es ist alles schön verkleidet und fest und ordentlich gebaut. Und das, das Ding kostet, glaube ich, UVP 40 Euro. Und wenn ich mir das hier angucke, für 28 Tacken und das für 40, dann sage ich mir, dann lieber zwei von denen als nochmal eins von denen. Ganz ehrlich. Also, bitte kauft diesen Schmutz nicht bei Temu. Bitte. Ja. Falls ihr es schon gemacht habt, schreibt auch gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Auch wenn ich jetzt ein Hate auf mich ziehe und viele Leute sagen, das ist doch günstig, warum hat Lego nicht so günstige Sachen hier? Warum nicht? Geht doch viel günstiger, wie man sieht. Ja, es geht günstiger, aber es ist halt wesentlich schlechter. Braucht kein Mensch. Braucht kein Mensch. Und ich auch nicht. Ich freue mich auf eure Kommentare, auch wenn es Hasskommentare sind. Ich lese sie alle. Ihr könnt auch gerne mal schreiben, wenn ihr Erfahrungen hattet mit Temu-Sets, oder AliExpress oder Ähnlichem. Aber ich bin geheilt, würde ich nicht sagen. Ich war sowieso schon anfangs skeptisch. Aber ich bin einfach jetzt überzeugt davon und in meinem Glauben bestärkt, dass ich sagen kann, da werde ich kein Geld mehr investieren. Da kaufe ich mir nichts mehr. Ich bleibe bei meinem dänischen Glamberstein. In diesem Sinne, seht ihr jetzt noch zu, wie ich dieses Set entsorge. Da, wo es hingehört, habt noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017